Im Einsatz der Rigitrack SK60 mit dem SIP-Kreiselheuer, welcher ein perfektes Streubild macht und für gutes Nachtrocknen sorgt. Stufenloser Fahrantrieb mit Weitwinkeltechnik. Alle Steuerventile sind proportional über Canbus ansteuerbar. Übersichtliche Beginnelemente und eine perfekte Sicht auf die Arbeitsgeräte bieten einen grossen Fahrstass. Die Kabine mit Hangaufgleich sorgt für ergonomisches und gesundes Sitzen auch im Gelände. Untertitelung des ZDF, 2020